Witzig, diese Schuhe. Ähm, ach, ich bin doch blöd, ich wollte erst Banjo loswerden. Wo werde ich denn jetzt? Da! Cool. Wie gerufen. Jetzt komme ich da bestimmt hoch. Perfekt. Mit Banjo alleine macht man ja selten was irgendwie. Kommt mir vor. Jetzt ist die Frage, wie Kazooie denn jetzt hier hochkommen soll. Was? Wie soll das denn gehen? Jetzt bin ich verwirrt. Wieder ein Rätsel. Ich muss von der anderen Seite vielleicht kommen. Muss ich mal ausprobieren. Oder ich gehe von hier hoch. Könnte auch klappen. Da muss ich ganz außen rumlaufen. Ach, hier kann ich auch rum. Da hätte ich mit Momo bestimmt rüberlaufen können. Und dann wäre ich bei der Momo-Platte gewesen. Das ist doch gar nicht so schwer alles. Da muss ich es doch verstehen. Haha, sieht geil aus. Oh, knapp. So, jetzt zum Ei. Endlich ausbrüten. Oh, sie fliegt klasse, oder Banjo. War nicht immer so. Ist das Ei noch da? Ja. Man hat es noch nicht gesehen sofort. Es weint schon. Das wie vierte Ei ist das? Das würde ich gerne wissen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist sogar das zweite, oder? Oder das dritte? Oh, ist das nicht süß? Ne, das ist das dritte. Oh, das ist schon das vierte. Dann hätte ich es aber gesagt. Ich gehe jetzt zurück zur Banjo. Weg mit dir. Und der gibt nie Honigwaben. So, eine Qual mit denen. Oh shit, ich darf jetzt nicht sterben. Ist eh eine Schande für den, dass er sich von Flügelschlägen hier ausknocken lässt. Wobei ich jetzt irgendwo hier... Scheiße. Ich hätte einfach A-tricken sollen und dann runterflattern. Macht nix. Das Ei ist befreit. Ich meine, das Küken. Ansonsten wüsste ich jetzt nichts hier noch zu tun. Aber ich muss dieses Ei noch finden. Dieses eine Ei möchte ich schon noch gerne. Wo kann das sein? Komm, du erst mal her. Wieder keine Honigwabe. Falsche Taste. Dann gucke ich mich noch mal kurz hier um. Was war denn noch mal hier? Da war auch ein Ei, aber das habe ich schon ausgebrütet. Ach so, das... Da war der Typ hier, der eine. Okay, aber wenn ich das jetzt nicht finde, dann werde ich hier jetzt keine Suchaktion groß starten. Ach ja, ich wollte noch zu diesem Dampfwalsen-Dino. Das mache ich noch. Auf jeden Fall. Das will ich noch ausprobieren. Dem will ich noch die Leviten lesen. Scheiße, wo muss ich hin? Hier hoch wahrscheinlich. Ja. Das war korrekt. Und nun? Da ist Wawumbi. Oder wie die auch immer hieß. Wumba. Wumba ist wunderbar. Wow. Ich höre irgendwas. Ist es dieses Ding gewesen? Dieses Küken, das ich suche? Der kommt nicht hoch, dieser fette Bär. Wie Grundtilder ihn nennt. Boah, ich habe irgendwie Albträume schon von dieser Stelle so oft, wie ich schon hier hochgegangen bin. Ich höre irgendwas heulen. Nur was? Ich nehme mir gleich die Wappen-Platte und Wappen-Show. Oh, sag doch was. Kommt da einfach an und ich schaue am besten einfach ab. Ach, ich bin hier wieder. sehr schöne, saubere Landung. Jetzt gehe ich hin zu Trampeltal. Das sollte dieser Trampeldino sein. Ja, das war hier. Dieser Möchtigen-Endgegner. Oh mein Gott. Oh, da kriege ich so einen Herzinfarkt. Ich glaube, die Zeit sollte reichen bis zum nächsten oder auch nicht. Und bis auf eine Koninkwabe alles weg. Das ist doch fürchterlich. Scheiße, ist das knapp. Das geht doch gar nicht. Wie soll man das denn schaffen? Das will ich jetzt aber nochmal versuchen. Das muss doch gehen. Irgendwie. Ach, jetzt bin ich wieder hier. So ein Scheiß. Wollte ich nicht. Ein Versuch noch, sagen wir mal. Dann mache ich das irgendwann später mal. Wieso hat der jetzt nur einen ausgehalten? Komisch. Ist da noch so eine Spalte? Nee. So, ich bin gleich wieder da. Und dieses Ei muss ich irgendwann mal finden noch. Aber das kann ich mir alles aufheben. Ist nicht wie bei Benji Kazooie, dass man alles resetet bekommt. wenn man die Welt verlässt. Da ist auch noch ein Puzzleteil. Wie bringe ich das denn? Mal gucken, was der mir sagt. Erst wenn das geheimen Lied des Dinosauriers erklingt. Ach, da muss ich als kleiner Dino hin wahrscheinlich. Ey, was war das denn jetzt für eine Verarsche? Was bringt mir das jetzt hier? Hier war ich schon mal drauf. Ich probiere es jetzt. Ich gehe jetzt erst nochmal hier raus kurz, damit ich hier starte, wenn ich wieder sterbe. Da muss ich nicht den ganzen scheiß Weg wieder gehen. Hoffentlich hängt jetzt das Spiel nicht gleich wieder. Ah, Glück gehabt. Und Trampeter. Scheiße, ich habe Angst. Moment, ich gucke erst nochmal hier um. Da geht es nämlich auch lang. Und hier sind auch Trennplatten. Vielleicht muss ich das mit Kazooie alleine machen, dann bin ich schneller. Wow. Wenn, man sieht ja jetzt schon den Weg, wo ich hingehen muss. Ich muss nur rechtzeitig springen. Wow, ist das so scheißknapp. Das muss ich wohl hier lang. Das war wohl nicht so gut. Das sage ich doch. Ey, bis auf eine Honigbarbe, das ist so gemein. Nee, das geht nicht. Das können wir vergessen. Jetzt erst mal. Das kann ich jetzt noch nicht schaffen. Deswegen gehe ich jetzt hier raus und begebe mich zu einer neuen Welt. Denn jetzt habe ich, äh, ich habe nicht meine Leben ans Zeige irgendwie. Hier kann man keine Leben sammeln. Da wollte ich schon. Habe ich eigentlich eine Honigbarbe seit dem letzten Mal bekommen? Sieben Stück habe ich gebraucht. Und wie viel habe ich? Ich habe vier. Okay, noch lang nicht genug. Erstmal die neue Welt freischalten und dazu dieses Puzzlespiel schaffen. Was ja immer irgendwie auch ein bisschen schwierig ist. Sehr geheimnisvoll. Hallo? Ach, ich muss da hingehen. Ich witzwollt. B drücken. Meinetwegen. Ja, wunderbar. Man sieht sogar was. Nur hängt es wieder. Das ist typisch für dieses Spielchen. Also nicht wundern. Das ist gleich vorbei. Ja, das war nicht gut. Ich sollte lieber erst mal die Ränder machen. Das ist das typische Spielchen. was hilft. Gut. Irgendwann werden die Spielchen ja auch immer schwerer, schätze ich. Und da darf ich mich nicht so gehen lassen wie gerade. So. Ich glaube aber, ich bin ganz gut dabei. Wo kommt das denn rein? Das muss irgendwo oben kommen. kein Schimmer. Scheiße, jetzt wird es eng langsam. Das passt alles nicht. Gebt mir alles weg. Ähm. Das sollte hierhin passen. Oder auch nicht. Ey, das passt nicht. Ey, ich krieg die Krise. Das wäre das erste Mal, ich weiß nicht schaff. Aber dafür habe ich es auch nicht so leicht. Man sieht nämlich nicht so toll. Ah. Ist das ein Scheiß? Ich bin schlecht. Ich weiß es. Kann das mal weggehen kurz. Dann nehme ich an. Das kommt hierhin. Perfekt. Von wegen perfekt. Noch kann ich es schaffen, aber es wird knapp. Weil ich so schlecht bin. Aber ich sehe auch nicht viel. Noch kann ich es schaffen. Wieso nicht? Danke. Oh, das wird eng. Das wird sehr eng. Moment, Moment. Das kommt auch irgendwo hierhin. Das sollte hierhin kommen. Jetzt schaffe ich es aber. Jetzt ist es doch leicht. Komm. Ja, das schaffe ich. Oh, war das knapp. Das war scheinbar. Das war ein Schirr. Nein. Das war das Weiche. Oh, seht euch an, wie knapp das ist. Zehn. Zehn. Oh, jetzt geht die Zeit langsamer. Cool. Wie.